Und nachdem mir klar wurde, dass ich in meinem Kontrolle einen Akku verbaut habe, bin ich wieder da mit Titanfall in der Beta-Phase. Titan Loadouts. Jetzt haben wir einen neuen Artillery Quad Pockets. Ah, das ist der. Ich war jetzt nicht so überzeugt von, weiß er auch nicht. Atlas? Vielleicht irgendwie noch. Ja, das war eben das. Es gibt irgendwie noch verschiedene. Es gibt irgendwie noch so und so und so. Hulk oder so, weiß auch nicht. Playing wieder. Okay, was haben wir da? Hardpoint, Last Titan Standing, Beta Variety Pack. Wisst ihr was? Weißt du was? Ich mach mal dieses Beta Variety Pack, weil da kommt alles drin, ne? Haben wir jetzt, wenn es blöd läuft, nochmal halt ein Ding in Stafford? Aber haben wir nicht, weil hier Last Titan Standing. Das ist das Ding, da wird jeder am Anfang gleich mit dem Titan abgeschmissen. Gibt es wahrscheinlich keine lästigen Grunts. Und dann wird rumgeballert, bis der letzte Titan tot ist. Yo. Und so machen wir das. Bis der letzte Titan tot ist. Each time you inflict damage to an enemy, you reduce the time to take your next Titan. Oh, nice. Man hat jetzt natürlich die berechte Sorge, dass Spieler, die sehr gut sind, sich dann in einem Titan natürlich auf der Map noch breiter machen und gar nichts mehr zulassen, was irgendwie an Konkurrenz dasteht. Aber hey. Aber hey. Gleiches Recht für alle, würde ich sagen. Und jetzt geht es um, wenn ich bleib bei dem Tank, mit dem Tank zu finden. You will respawn next round. Huuuuhh. Hey. Muss ich den dazu? Na gut. Ich gucke den dazu. Der auch gerade so. Völlig geil. Der Titan kaputt. Der schießt den einfach oben rein. Der checkt das nicht. Und jetzt ist er tot, macht sich da raus aus dem Staub und rennt weg. Die Socke, die... Satschen, Killcam 109, hier, du Nasenbeher. Das tut schon, Alter. SHIFT 1983, ich versuch noch deinen Titan mit deinem Raketenwerfer wegzu batzen, würd' ich auch machen. Heißt das jetzt, wenn... Kann ich auch frei fliegen. Nein, kann ich nicht. Ich versuch noch nicht. Zwei Titan, zwei Soldaten... Was ist denn da? Ein Titan? Wenn dieser Titan da gut ist... Sollte eigentlich fertig sein. Weil der sieht mir nicht mehr ganz gut aus. Der ist kaputt. Der explodiert. Der explodiert. Hat einfach mal das Brennen aufgehört. Die krasse Socke, weil er ausgestiegen ist. Wie viel jetzt? Ja, ich glaub ich war beim Milizier. Und hier... Aber einen einzigen... ...Gedrub bekommen, weil ich nicht dabei bin, weißt du? Weil ich... ...nicht dabei bin. Tja! Was ist denn? Oh, jetzt ist er... Oh... Ja, weil er schon Next Round, ich dachte, weil... Ja, gibt's natürlich nicht viel. Game Mode, hoho! 200 XP, geil! So quasi, danke, dass du da warst. Ja, sowas. Oh, 83 Minuten... Uhuhuhuhu... Uhuhuhu... 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 Uhuhu... 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 Dann... Wart mal halt! Puh... Soll mir nur recht sein! Ist mir doch egal! Ich hab Zeit! Ich hab's nicht mehr mit! Soll ich hier in... Na Minute! Da... Uhuhu... 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 Wann ich ein bisschen strecken? Uhuhu... Das tut gut! Kann ich mal noch mal kurz gucken? Titan Loader... Was hat... Kann jetzt... Das könnt ihr jetzt besonders... Regenbooster! You're Titans! Spudyshield! Reckendates Vader! Äh, fast! Ist das schon mal schlecht? Der hat diese Chaingun! Das ist ja diese komische... Das, 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 das... Hm... Cool... Auto-eject! Eject and clock out a vertical when doomed! Das mag ich jetzt nicht so, weil... Man kann ja auch noch ein bisschen damage machen! Hm... Es explodiert uns gleich das Ding, ne? So... Cannon! See me automatic! Your Titan goes nuclear when eject... That's cool! Your Titan regates slower when doomed! Da kann man noch... Oh, nicht damage raus holen! Das ist genau das, wo der dich dann wahrscheinlich automatisch drauf schmeißt! Der hat... So Mitteling... Dasselbe wie der und dasselbe wie... Nein... EGAL! 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 Jetzt ist es wieder soweit! Und... Wenn ich mich nicht vorhin komplett Hikowski verlesen hätte... Kommen die jetzt Hardpoint! Also... Drei... Drei Punkte gibt's zum Einnehmen! Wer hier hat... Bekommt Punkte! Wer mehr hat, bekommt mehr Punkte! Wer weniger hat, bekommt weniger Punkte! Und wir haben Schuss am Ehrpunktat! Der... Gewinnt! Don't hesitate! You can... You can board your Titan from any direction! Even from mid-air! Was? Board! 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 Was heißt board? Weiß nicht... Äh... Ich warte jetzt bis die nächste Runde losgeht! Schmatzele! Hoppa! Jetzt geht's los! Ich bleib bei beim Scheiß! Und dann auf geht's! Milizia! Mit dem süßen... Roboter mit dem... Ding! Oh yeah! Ah, die Meppen aufgeschoben! Die Meppen... Das ist die Meppen aufgeschoben! Okay, Buzz! Das ist eine Hardpoint-Operation! Take control of as many Hardpoints as you can! Patch me into them! And I'll take care of the rest! Jetzt! Fetter asiatischer Mann! Wir werden uns zum kümmern! Ist doch schön, dass man der Typ, der wo dich immer über das Headset voll eiert... Auch mal sehe ich wie der aussieht! Dann hab ich auch schon immer gefragt, wie die Typen bei Call of Duty da wo aussehen! Die wo dann immer so... So... Ja, ich... ich will da hin! NEIN! Komm du mir doch mal in die Bude, du Arsch! Na, ich... Bin... ich bin toll in... Multiplayer... Online Shooter... Ich bin so toll, dass du... Ich bin so toll, dass du... Ich bin so toll, ich kann das so gut! Ich weiß ja was, ich geh ins... Ah! Ich bin aufgeschissen! Du hast seid nur die Staudelung gewonnen, ich bin dann klingelt! Ich habe dich da gesehen, du?! Aaaaah! Will man so toll, dass der Kloge들이 nicht steckt... Okay, keep going. There's a hard point in that building, dead ahead. Go inside and patch me in. Ja, bin gleich da. Bin gleich da. Ich glaube, ich kann mich selbst reinruhen, was mich abknallt. So nicht! Fucking dammit! Normal! Dein Titan wird in 2 Minuten bereit sein. Normalerweise habe ich nicht gar viel... Überfüchter... Oh jetzt, come on, Alter! Das will ich sehen! Das ist jetzt irgendwie peinlich, dass ihr das hiermit anseht, wie ich so... Gnadellos, vergleck! Aaaaah! Die alle her! Ah, Pizza, Pizza, Pizza! Nein, 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 nein! Jo! Aber wenn der so weitergeht, dann gewinnen wir hier gar nichts! Kein Blumentopf hier! Aus hier! Oh! Aaaaah! 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 Okay! Ah, jetzt haben wir hier wieder Grunts! Ich dachte vorhin gerade, weil hier werden die Grunts auch weggelassen, weil ich gar nicht gesehen habe! Ich glaube sie nicht! Ich weiß nicht, dass ich doch welche da sind jetzt! So! Killed Spectre! Spectre ist... Nein, ist kein... Woah! Hast du nichts gesehen? Hast du nichts gesehen? Woah! Er hat was gesehen! So! Ich bin so nicht hier! Okay! Okay! Ey, egal! Komm, auf geht's! Barser! Was ist das, was? WAH! RIDER! AI-offline! Pilot-mode engaged! Torwart! Ah, wir haben einen Robo. Nein! Oh, what the fuck? Oh, okay. Das war ich. Das war ich. Oh man, ey. Ich helfe euch! Wow! Ja, wir müssen. Auf geht's. Oh ja, wir sind gut. Und da war wieder einer. Schön. Irgendwie, weiß noch nichts. Das finde ich nicht sehr gut in diesem Spiel. Zumindest momentan. Vielleicht ist es einfach nur eine schlechte Runde für mich. Dem sein... Dem sein Kopf schütteln jetzt gerade. Da war ich gerade motiviert. Hoffentlich macht er was motiviert. Hoffentlich macht er was motiviert. Wenn Bauber was gut kommt. min. Ja. Auf geht's! Wer zieht uns doch. Oh nein, nein, nein. Das mindestens einsteigen? So ein Hitzegefecht wird irgendwie ein bisschen verrieggelassen. Remember, buddy, the more hard points you patch me into, the faster we can finish the job. We got Charlie. We got Alpha. Gotcha. Check it, check it, check it, check it. Check it, check it, check it, check it. Oh, I'm out of here. Check this, yes? Yeah. Ah. Oh, man. Oh, man. Get inside. But if we do something cool, we can do something. So on a fucking Titan-Rite, which is going to hit the neck in the back. Fuck you! I'm out of here. This way I just got caught. Ah. Ah. Eh. Oh-oh-oh-oh-oh. Oh, oh-oh-oh-oh. Oh, oh-oh. What is this-it? Is this-it? Das war da wohl NUCLEAR! Da bin ich hier Epilog Get to the dropship Wo is this? Wo is this? Dropship Just arrive, go down Okay Okay, you are at the evac point Now stay alive until the ship arrives Okay Okay Aaaaah I am alive What the fuck is this? Oh god, he saw me! Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah I have done it Aaaaaah Und I have done it! We have killed one! Aaaaah I have done it! Oh no! This ship is broke Und? Haben wir's geschafft? Ja, ich bin tot! Es ist mir doch egal, ob ich meinen Raid gemisst habe, wenn ich tot bin! What the fuck! Und vorletzter! Assault. Keinen einzigen. Defense habe ich einen, schön. Vier Piloten gekillt. Neulich mal gestorben. Yeah! Okay. Also, ich habe ja erst vor zwei Stunden angefangen, das Spiel zu spielen. Also, darf man ihm jetzt nicht so vorhalten. Und jetzt gehe ich erstmal wieder... Äh, nicht ins Hauptmenü. Obwohl, ich geh ins Hauptmenü.